Herzlich Willkommen zum Konzert mit Mikes Theodorakis und seiner Gruppe. Ein herzliches Willkommen auch den Hörern von Jugendradio DT64 und unseren Fernsehzuschauern. Ein herzliches Willkommen den Mitgliedern des Politbüros und Sekretären des ZK der SED Egon Krenz und Günter Schabowski, dem Oberbürgermeister unserer Hauptstadtgenossen Erhard Krag sowie dem ersten Sekretär des Zentralrates der FDJ Eberhard Aurich. Applaus Applaus Und wie aus Bordiaß, Kaatevende, Nüchtern von den Akropoli Und von Lulúdien, wo erneu, Klaiert und lebt, Vizantina, Madrida, mu! Seben's, man ist, man darf ihn ja verziehen. Musik 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 Ο πίκρα της απόγνωσης Αρχίζεις μες τον ύπνο μας Κι αν γνώστηξε έντεινα βαηή Τη χειρά με στην τυπη μαζική πατρή Se pensa an esgadar y a ver si Vielen Dank.